Heute gucken wir uns ein paar Tipps an, wie man besser seinen Code formatiert. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, wie wir Code besser formatieren bzw. wie wir cleaneren Code erzeugen. Wie man das so schön auf den ganzen Blogposts und überall liest und mitkriegt. Das Ganze ist relativ simpel. Man kann verschiedene Wege gehen, ob die immer so gut sind, ob die zu euch passen, zu eurem Workflow passen, ist natürlich mal dahingestellt. Wir gucken uns diese Wege heute mal an, die im Internet so relativ verbreitet sind. Wenn ihr selbst Ideen habt, wie man Code besser formatieren kann oder Meinungen zu diesen Tipps habt, schreibt die doch mal unten in die Kommentare. Und am besten mit Links oder so zu Beispielen, wie ihr das machen würdet, wie ihr diese Probleme umgeht oder welche Konventionen ihr dort benutzt. Würde mich persönlich mal interessieren oder den einen oder anderen von euch wahrscheinlich auch. Aber jetzt verlieren wir nicht mehr Zeit, also los geht's! So, los geht's mit dem ersten Tipp. Das Erste, was wir uns angucken, sind Variablen. Weil Variablen sind der Grundstein jedes Skriptes. In diesem Fall werden wir uns heute hauptsächlich mit TypeScript beschäftigen, was meiner Meinung nach die wirkliche Zukunft vom JavaScript ist, weil es einfach wirklich nette Features hinzufügt, wie zum Beispiel Typing bzw. Types. Und das werden wir uns heute als erstes ansehen. Aber vorher ein ganz Basis-Info. Wenn ihr so etwas schreibt, ihr habt eine Variable, zum Beispiel us2 und ihr habt euch in eurem Kopf gedacht, okay, ich kürze ja zum Beispiel die User Sum oder die Summe aller User beispielsweise ab und sage da einfach us fertig. Das könnt ihr für euch machen, wenn ihr wisst, ihr schreibt für euch jetzt gerade ein mini-kleines Skript, was ihr nur zum Testen nutzt und was nie irgendwo erscheint, auf keiner Webseite zu sehen ist und ihr einfach nur ganz kurz, wie ich in den Videos beispielsweise, ein mini-kleines Tutorial schreibe. Dann ist das kein Problem. In dem Moment, wo ihr mit mehreren arbeitet, wird so etwas zu einem Problem. Und zwar, wenn ich so einen Code lesen würde, ich hätte keine Ahnung, was dahinter steckt, was diese 2 bedeutet oder was auch immer da wäre. Was heißt, entweder müsste man hier drüber einen Kommentar einfügen, aber das wollen wir nicht. Was heißt, man könnte das viel einfacher erklären bzw. definieren. Und deswegen sagen wir jetzt, okay, wie machen wir das Ganze besser? Als erstes sagen wir, statt Variable sagen wir let. Das ist einfach JavaScript ES6, sollte man machen, sieht einfach besser aus. Erfüllt im Prinzip aber das Gleiche. Das Nächste, was wir sagen, ist, wir sagen direkt User Sum. Was heißt, in dem Moment, wo ich das sehe, okay, es ist die Summe aller User. Es ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich so etwas lese. Und das ist 2. Das wäre so korrekt. Das hier ist absolut valider, absolut sauberer JavaScript Code, der überhaupt keine Probleme hat. Wenn ihr jetzt aber noch einen kleinen Schritt weitergehen wollt, dann seht ihr jetzt, wenn man einfach hier hinter sagt, Doppelpunkt, Number, dann sagen wir jetzt oder definieren wir das mit TypeScript. Was heißt, in dem Moment würde, wenn ihr jetzt kein TypeScript Dokument aufhabt, was ich in diesem Video habe, was heißt, wenn ich hier runterscrolle, seht ihr, da oben ist Demo.ts, was heißt TypeScript, würde das euch als Fehler angemerkert werden. Das Schöne ist jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, let a gleich User Sum, dann steht hier direkt, es ist eine Nummer. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, User Sum gleich Hallo, dann wird mir das direkt als falsch markiert, weil es handelt sich hier einfach um eine Nummer und er möchte, dass ich hier keinen anderen Wert zuweise. Und das ist direkt der nächste Punkt. Was heißt, wenn ihr zum Beispiel in eurem Code so etwas hier schreibt, ihr habt jetzt einen korrekten Namen vergeben, ich weiß hier direkt NameValue ist Tom, aber ihr sagt hier drunter direkt 2, weil ihr habt gerade die Variable, ihr wollt das ändern und schreibt das da drunter. Grundsätzlich sollte man das tunlichst vermeiden, in jedem Zusammenhang hier einfach den Variablen-Typ zu ändern. Das sollte immer gleich bleiben. Egal wie das man macht, es sollte einfach gleich bleiben. In den äußeren Fällen, wenn ihr nicht genau wisst, was für eine Variable kommt, beispielsweise ihr habt eine Funktion geschrieben, die verschiedene Datentypen verarbeiten kann und ihr wisst gar nicht so richtig, was das für ein Datentyp sein wird, der gerade erscheint, dann gibt es dafür auch Möglichkeiten. Das heißt, ich kommentiere das mal eben aus und sage, okay, wir sagen let und sagen hier NameValue und definieren das als any. Was heißt, in dem Moment kann ich jetzt sagen Tom und es ist korrekt und es ist auch valide, allerdings weiß ich wie gesagt nie, was dahinter kommt und ich könnte jetzt theoretisch einfach sagen NameValue gleich 2 und es wäre trotzdem, ups, das ist falsch, und es wäre trotzdem, wie ihr seht, valide. Es wird nicht mehr angemerkert, weil TypeScript jetzt weiß, okay, es könnte irgendwas sein. Diese Variable könnte einfach alles sein. Wie gesagt, sollte man tunlichst vermeiden. Wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel TypeScript nutzt, immer alles mit Types zu versehen und wir werden auch gleich noch ein bisschen komplexere Types angucken, wenn es zu den Funktionen geht. Aber erstmal machen wir jetzt mit einem anderen Punkt weiter. Los geht's. So, los geht's mit dem nächsten Tipp. Und zwar geht es jetzt um Attribute, beziehungsweise um Funktionen und Attribute. Hier oben haben wir jetzt einfach sechs Attribute, die wir an unsere Funktion Demo übergeben. Demo übergibt uns ein Produkt und wenn ich jetzt beispielsweise Demo aufrufen möchte und hier mit der Maus drüber geht, dann sagt es mir, okay, es sollen sechs Attribute übergeben werden, sechs Arguments, keine Attribute, und ich weiß, welche sechs es sind, die werden mir da unten aufgelistet. Allerdings weiß ich nicht, um was es sich da behandelt und ich weiß auch nicht, was die Funktion macht. Dieser kleine Pfeil am Ende mit dem Any dahinter sagt mir im Prinzip, okay, es gibt mir irgendwas zurück, aber ich habe keine Ahnung was. Das ist grundsätzlich hier oben allerdings komplett valider Code. Also es ist kein Problem, es ist alles fehlerfrei, allerdings nicht wirklich sauber. Und deswegen machen wir das Ganze besser. Und das Nächste, was wir hier zu machen, ist, okay, wir kopieren uns erstmal einfach diese Funktion, die wir besser machen wollen und kommentieren sie wieder richtig. Das heißt, hier sagen wir jetzt, okay, Product, sagen wir jetzt statt diesen sechs. Und hier oben fassen wir das Ganze jetzt zusammen und sagen Notebook. Und beispielsweise ist unser Notebook gerade hier einfach dieses Objekt. Was heißt, wir haben hier Price, Notebook, Sales, White, Length, Color und so weiter. Und können das hier jetzt einfach rauslöschen. Das brauchen wir nämlich nicht. Und wenn man jetzt hier sagt, okay, ich möchte Demo aufrufen, dann fehlt mir hier nur noch ein einziges und zwar ein Product beziehungsweise, ja, Product vom Typ Any und es gibt mir Any zurück. Das heißt, das wäre schon deutlich besser, wenn ich jetzt hier einfach das Notebook übergebe, dann ist das hier auch komplett fehlerfrei und absolut valide. Es tut halt nichts, weil es uns einfach nur unser Produkt wieder zurückgibt, aber es wäre valide. Das Ganze kann man jetzt aber auch noch deutlich schöner gestalten. Und zwar, wenn wir sehr einfach sagen, wir definieren uns jetzt mit TypeScript einen zusätzlichen Type. Und unser Type, sagen wir jetzt, ist ein Product. Das heißt, hier oben müssen wir jetzt, bevor wir mit beginnen, sagen wir jetzt ein Interface, wollen wir definieren. Vom Typ Product. Und hier sagen wir jetzt einfach unsere Elemente. Das heißt, zack, jetzt haben wir ein Type definiert, genauso wie wir zuvor Number oder String definiert haben. Haben wir einen neuen Type definiert, der aus sechs weiteren Types besteht und nämlich Price ist Number, Name ist String, Sales ist Number, White ist Number, Length ist Number, Color ist String. Das heißt, wir können jetzt sagen, unser Notebook ist vom Type Product. Unsere Demo-Funktion nimmt den Typ Product. Also er schafft ein Attribut mit Product vom Typ Product und gibt uns ein Product wieder zurück. Was heißt, in dem Moment, wo ich jetzt beispielsweise hier unten diese Demo-Funktion aufrufe und hier mit der Maus drüber gesehen wie, okay, es nimmt ein Produkt vom Typ Produkt und es gibt mir ein Produkt zurück. Was heißt, das Ganze macht jetzt schon deutlich mehr Sinn, wenn ich es lese und ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was ich der Funktion eigentlich geben muss, sondern ich weiß ganz genau, was ich übergeben muss. Und deswegen sollte man immer versuchen, so komplexe Funktionsstrukturen wie hier oben beispielsweise aufzulösen und einfach hier mit Laserlicht zu machen. Weil wenn ich jetzt beispielsweise auf Notebook gehe, dann weiß ich, es ist ein Produkt. Und wenn ich ein Produkt habe und hier drüber gehe, dann weiß ich ganz genau, okay, ich kann nachgucken, hier um handelt es sich beispielsweise. Das war es jetzt hierzu schon, auf zum nächsten Tipp. So, der nächste Tipp ist ziemlich simpel. Und zwar geht es auch wieder um Funktionen und zwar einfach um eine gute Syntax. Wir haben ja gerade gelernt, wie wir das Ganze mit Strings bzw. mit Types, nicht Strings, mit Types, leserlicher machen und jetzt geht es darum, das Ganze noch auf die nächste Stufe zu bringen. Das heißt, wenn ihr Funktionen schreibt bzw. Verkettungen und so etwas, dann müsst ihr darauf achten, dass es einfach logisch ist, dass es Sinn macht und dass es, ja, dass die Namen einfach nicht so etwas sind wie jetzt hier Text. Das heißt, ich habe hier Text, ich übergebe ein Value und füge irgendwas mit Add hinzu, also ich übergebe zwei Variablen und return hier etwas, was die Summe der beiden Variablen darstellt. Wenn ich jetzt Text aufrufe, dann steht hier wieder, es übergibt mir irgendwas und das Ganze können wir, wie wir es ja gerade schon gelernt haben, einfach mit Typescript korrigieren sozusagen. Und das ist das Erste, was wir jetzt machen. Und zwar sagen wir jetzt hier, okay, wir haben hier wieder unsere Funktion, die heißt Text. Wir haben jetzt hier Value. Value hilft uns nichts. Value ist beispielsweise, könnte das ein Produkt sein, das wir hier übergeben müssen. In unserem Fall sagen wir jetzt, okay, wir haben hier ein Object vom Typ Product und wir haben hier Text und das ist ein Number. Ups, Number. So, was heißt, wir müssen jetzt natürlich, das, was wir gerade eben schon gemacht haben, hier noch einmal unser Product definieren, haben jetzt hier unser Object, das ist vom Typ Product, haben Text vom Typ Number und hier übergeben wir, also wir geben einen Number-Wert zurück und müssen jetzt hier natürlich diese beiden Werte noch ersetzen. Das heißt, jetzt haben wir diese Funktion wieder auf denselben Stand gebracht, wie wir das gerade eben gemacht haben, nur dass wir jetzt hier beispielsweise sagen Price und wir sagen jetzt hier nicht Plus, sondern Mal. Das heißt, wir berechnen jetzt einfach die Steuern, die auf den Preis gehen. Das nächste aber, was es eigentlich geht bei diesem Punkt, was mir daran so wichtig ist, ist, dass man Text, Text so zwar lesen kann, das sind Steuern, aber es bringt mir nicht wirklich viel. Und ich müsste jetzt, um diese Funktion zu erklären, einen Kommentar in den Code schreiben, was wieder zusätzlich, ja, einfach Zeilen sind und man muss es lesen und so weiter. Und das Ganze kann ich vielleicht dann machen, indem ich sage, Calc Text of Product. Was heißt, in dem Moment, wo ich eine Funktion so nenne und ich die jetzt beispielsweise so aufrufe, dann sehe ich schon Calc Text of Product und ich kann die aufrufen, kann dann die Funktion starten, gehe hier drauf und sehe, okay, es will ein Produkt, es will die Steuerrate und es gibt mir dann am Ende einfach ein Number zurück. Und das Ganze ist leserlich. Was heißt, wenn ihr so etwas in euren Code reinschreibt, dann macht das einfach Sinn. Es sieht leserlich aus, es ist einfach so, dass ich es schreiben kann, ohne groß darüber nachdenken zu müssen, was dann im Anschluss damit passiert. Und deswegen sollte man das immer auf diese Weise schreiben. So, los geht's mit dem vierten Tipp. Und zwar, was ihr hier seht, ist absolut valide. Es ist nichts falsch daran, wenn man das so schreibt. Man hat ein Array mit einigen Zahlenwerten drin, man hat eine Summe und man lässt eine Vorschleife so durchlaufen, dass die Summe dabei rauskommt. Ich habe das in den Tutorials auch teilweise noch so gemacht, vor allem in älteren. Allerdings sollte man das eigentlich nicht mehr machen. Was heißt, es gibt hierfür einfach bessere Wege, genauso wie für vieles andere. Was heißt, beispielsweise sagen wir jetzt, wir wollen jetzt einfach das Ganze wirklich wieder oben einfach aufsummieren. Und das geht ziemlich simpel. Wir haben einfach wieder unseren, ich kommentiere das mal eben aus, wieder unseren Array. Und hier drunter haben wir jetzt einfach diese Zeile. Und diese Zeile macht nichts anderes, was diese drei Zeilen, vier Zeilen gemacht haben. Und zwar nimmt es die Werte, einmal den akkumulierten Wert, dann den aktuellen Wert und geht so durch jeden Wert des Arrays durch und summiert den aktuellen Wert auf den akkumulierten Wert drauf. Das heißt, so bekommen wir am Ende eine Summe von allem, was wir hier in dem Array haben und das alles in einer Zeile. Und es gibt viele solcher Funktionen, wenn ihr einfach nachschaut, unten in der Videobeschreibung ist es auch verlinkt, gibt es für fast alle Anwendungen, die solche Standardfälle sind, wie Maximum, Minimum, Reduce, also Aufsummieren, Filtern und so weiter, gibt es festgelegte Standardfunktionen, die man nutzen sollte, weil sie einfach viel leserlicher sind, teilweise auch besser performen als beispielsweise eine einfache Vorschleife. Allerdings macht es einfach mehr Sinn, weil es einfach leserlicher ist und weniger Code braucht. Das nächste, was man auch sehr gut machen kann, ist beispielsweise, wenn man so etwas hier oben hat und hier drin Funktionen benutzt beispielsweise. Ich möchte jetzt zum Beispiel gucken, ob in jedem, also ob alle Werte in diesem Array sind, kleiner sind als 30. Da müsste ich hier drin jetzt theoretisch wieder mit einer if-Weiche arbeiten und fragen, ist der Wert, den ich aktuell durchlaufe, kleiner als 30? Das Ganze kann man natürlich machen, vor allem wenn es so kleine Zahlen sind, aber wenn man beispielsweise eine komplexe Abfrage hat, um zu überprüfen, ob ein Array valide ist oder so etwas, dann wird das Ganze vor allem hier in so einer Vorschleife sehr schnell sehr, sehr lang. Und das will man nicht. Das heißt, wir können viel besser sagen, wir schaffen uns eine neue Variable, eine Konstante und zwar ist pastTest. Was heißt, wurde der Test bestanden sozusagen? Hier sagen wir currentValue und haben jetzt hier eine neue Funktion. Hier sagen wir jetzt einfach return currentValue kleiner 30. Was heißt, wenn das Ganze kleiner 30 ist, dann soll der zurückgegeben werden, sonst nicht. Wenn wir das Ganze jetzt hier oben, was wir ja da schon gemacht haben, nochmal machen und zwar wir sagen jetzt hier einfach Summe. Ich gucke mit hier das mal eben aus. So machen wir das mit Array und hier sagen wir jetzt einfach every und hier drin kann ich jetzt einfach diese Funktion aufrufen. Was heißt, Summe wird in diesem Fall, eigentlich ist es Summe falsch, sondern hier müsste man schreiben valid. Und zwar wird jetzt valid zu true oder zu false in dem Moment, wenn einmal diese Funktion nicht zurückgibt. Was heißt, so könnt ihr zum Beispiel Tests schreiben, die sehr komplex aufgebaut sind und den Test anzuwenden ist dann nur eine Zeile. Das heißt, viele dieser Funktionen wie every, reduce und so weiter und so weiter sind unfassbar praktisch und sollte auf jeden Fall in jedem Projekt genutzt werden. Ich zwinge mich aktuell auch immer wieder neue Funktionen wie dieses hier einfach zu löschen und umzuschreiben, weil man sich einfach so daran gewöhnt hat, einfach eine Schleife zu machen, obwohl diese Funktionen viel, viel, viel praktischer sind. Also deswegen sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. So, das hier ist der letzte Tipp und es ist auch gleichzeitig der wichtigste Tipp und zwar bleibt logisch. Was heißt, in dem Moment, wo ihr Funktionen miteinander verschachtelt, verbaut, die sinnhaft eigentlich nicht wirklich zusammengehören, wird es problematisch. Hier sieht man auf einen Blick, woher diese andere Funktion kommt und was sie tut. Wenn ich jetzt aber irgendwo in einem Skript bin, was hunderte, tausende Zeilen lang ist, vielleicht aus diversen Dokumenten besteht und ich dann diese addID to object Funktion nutze, wie wir es gerade gelernt haben, dass man das damit gut beschreiben kann. Was heißt, ich sage, okay, ich will jetzt einfach ein Objekt nehmen, möchte hier einfach eine ID hinzufügen und fertig, also das, was ich hier und tue. Dann weiß ich gar nicht, dass hier drin noch eine Send Notification to Server Function durchgeführt wird. Was heißt, es ist einfach ein Wert, der im Hintergrund passiert, mit dem ich keine logische Verbindung habe. Das heißt, man sollte unbedingt überlegen, wenn man so etwas macht, macht es wirklich Sinn, so etwas durchzuführen oder macht es mehr Sinn, das rauszunehmen. Theoretisch wäre nämlich eine bessere Lösung für so etwas, einfach direkt das rauszunehmen. Was heißt, ich habe eine Funktion, die heißt addID to object Function beispielsweise und das Einzige, was sie tut, ist ein Objekt zu einer ID hinzufügen. Und das ist der saubere Weg. So sollte es sein, weil es so logisch nachvollziehbar ist. Wenn ich die Funktion anwende, weiß ich genau, was passiert. Ich füge eine ID einem Objekt hinzu. Wenn ich hier so etwas mit reinschreibe, dann weiß ich nicht mehr, was genau passiert. Ich weiß vielleicht gar nicht, was das auslöst, wie das zusammenhängt und so weiter. Was heißt, das sollte man lieber auf einer höheren Instanz und nicht auf diese Funktionsinstanz durchführen. Wenn ihr beispielsweise dafür sorgen müsst, dass in dem Moment, wenn ich das tue, wenn man sagt, okay, ich habe hier einen Wert und ich möchte zum Beispiel nach dem Abschluss ein Send Notification to Server absenden, dann könnt ihr das viel besser machen, indem ihr einfach mit dem Callback hiervon arbeitet, beziehungsweise einfach mit dem Promise, wenn ihr mit Async and Await arbeitet, ein Video dazu habe ich vor einigen Wochen gemacht, dann ist das einfach eine viel saubere Syntax. Das heißt, man sollte niemals einfach Funktionen miteinander verschachteln, die inhaltlich nicht zusammengehören. Das ist einfach ein grundlegendes Prinzip, was man in jedem Projekt nutzen sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren jetzt nur fünf kleine Minitipps. Wenn ihr mehr solche Tipps sehen wollt, dann schreibt das doch unten in die Videokommentare oder wenn ihr selbst noch Tipps habt, gerne würde ich auch mal eine ganze Reihe über TypeScript machen, weil ich es einfach seit jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahre eigentlich hauptsächlich nutze und es meiner Meinung nach halt viele Vorteile hat und vor allem viele dieser Probleme, dieser Tipps deutlich verbessern kann, wenn man es nutzt. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschau und viel Spaß. Ich kenne die nächste Woche.